Ja, hallo liebe Keeper-Freunde. Ja, wir haben in der letzten Folge hier oben nochmal das Gebiet gesäubert. Hier gab es da noch einen dieser Obelisken, die wir jetzt zerstört haben. Da ist aber schon der Blau, der sich da jetzt breit macht. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der jetzt für oder gegen uns ist. Ich schicke jetzt einfach mal ein paar von unseren Eiskriegern da durch. In der Hoffnung, dass sie nach oben wandern mal. Naja, geht so. Ähm, achso. Gold kann ich nicht mehr... So, das brauche ich nämlich hier erstmal nicht mehr. Genauso wenig... ...wie... Manor-Schrein claim. Wird da gekämpft? Er wird gar nicht gekämpft. A ghoul has risen in your crypt. Hm. Was ich hier natürlich auch noch machen kann. Wo war das denn? Hm. Ich konnte doch irgendwo mit... Ah, okay. Oh, ist die... Oh, plapp. Was war das? Eiei, okay. Das machen wir auch mal. Hm, schade. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sie sich das Gebiet da unter den Nagel reißen. Klaut er uns das Gebiet oder ist das, äh, eine Frontier-Kooperation? Es gibt da jetzt wahrscheinlich ein Hin und Her. Hm. Ah, okay. Da könnte ich natürlich jetzt netterweise... ... ... ... ... ... ... Kanonen hinbauen. Ich bin ja... Ich bin ja ein Arsch, ne? So, und jetzt da hin. Aha. Gucken. Ja, ja, ich weiß. So. Ach, der trainiert da ganz lustigerweise. Was? Warum das? Warum tun sie das da? So. Den Achter hätte ich ganz gerne auf unserer Seite. Und die... ... lassen wir mal hier... ...mitfighten. Gold ist schon wieder voll. Oh, nicht. Okay. Schatzkammer. Wir haben's ja. Hm? Schatzkammer ist nicht ausgelastet. Ja. Da wird nett gefightet. Ja, was? Wer tot ist... ... ist ja keine Ausrede. Ja, du mal Ausrede, ne? Wer tot ist, kann... ... trotzdem arbeiten gehen. Ah. A warden has been corrupted in your torture chamber. Hm. Die können wir natürlich noch mal verstärken. ... so. Ey. Der klaut uns dann mal ganz gemeinerweise irgendwie... ... so. Und die Verstärkung noch da reinsetzen. So. Was war hier hinten? Defense ready. Mhm. Your minions are under attack. So. Okay. Dann... ... ich frag mich zwar immer noch, wo der... ... Leute her hat. ... dann ziehen wir einfach mal... ... unten. So. Ja. Scheint aber zwischendurch dann doch noch mal wirklich was... ... durchzukommen. Die Frage, ob man das wirklich hier verstärkt... ... ähm... ... schützen sollte. Bist du Level 1? Ah. Kann man nicht so sehen. Okay. Er breitet sich aber nicht weiter aus hier. Schon mal ganz gut. Mhm. A ghoul has risen in your crypt. Bombard complete. Mhm. Mhm. Wie viel Imps haben wir noch? 13. Das ist eigentlich schon ganz gut. Ordentlich. So. Goldabbau brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr hier. Können die Jungs erstmal sein lassen. Da haben wir erstmal genügend von. Aber wenn ich jetzt mir hier so ein... ... im Schnappe, ne? Macht der sich da weiter? Näh, das Blaugebiet nimmt ja nicht ein. Schade eigentlich. Hm. Hm, 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 hm. Oh, gut. Lohnt sich da so ein Gargoyle? Ach, warum nicht? Warum nicht? A ghoul has risen in your crypt. Ja, ja, das tut sich auch. Ja, da werde ich solche Kisten nicht finden. Rampart complete. So. Ja, ich habe doch arge Frame-Einbrüche. Ich denke mal, das liegt einfach daran, dass der Level sehr, sehr groß ist. Und ich mittlerweile ja doch... ... einiges an... ... einiges an Minions hier habe, die sich... ... hier rumwackeln, hier rumlaufen. Also, das bricht ja teilweise auf 10 Frames runter. Ja, gut. Geht es nur noch um dieses Große in der Mitte? Oh, das wäre ja schade, aber das wäre ja eigentlich schon... ... eigentlich schon durch, ne? Dann... Also, ich bräuchte ja nur noch hinrushen. Ich hätte ja ganz gerne... Ja, es ist ja unglaublich da. Sieht mehr wie ein Bienenschwamm aus. Ja, gut. Machen wir folgendes. Wir sammeln uns wirklich dann in der... ... Mitte hier. Und machen dann einfach das Teil in der Mitte platt. Was haben wir da? Okay. Der macht das mal kurz selber von alleine nieder. Ist ja schön. Ja, das ist jetzt platt. Könnt ihr jetzt... Genau. So der Plan. Ah, so gefällt mir das. Äh, hallo? Hallo. Ja, da hätte ich euch gerne. Ja, Therapiestunden gibt es später. Äh, hallo? Das würde ich gerne... ... gerne angreifen, da. Äh. Ja. Warum rennen die alle zurück, Halle? Muss ich erst die Brücke da einnehmen, oder was? Ich muss doch nicht echt außen rum. Das wäre ja albernd. Dann machen wir ja. Gehen wir erstmal hier lang. Oh, das ist jetzt unser Gebiet. Okay. Ja gut, klären wir erstmal die Seite noch hier. Was haben wir denn da, da ganz hinten noch? Okay. Ach, Mann, der Schrein. Ja, aber so macht das Spaß. So. Ja, aber so macht das Spaß. Die Brücke haben wir jetzt. Und weg damit. So, hier ist aber auch alles frei eigentlich. So, ja. Gibt's da noch was? Eine kleine Folterklamm. Ja, ich hab hier total viel Spaß. Also, alles gut. Danke, dass er sich so um mich sorgt, ne? Dann machen wir das auch noch frei. Da war noch ein Kampf. Okay. Da geht's lang. Okay, dann machen wir das zuerst. Ich wollte schon mal sagen, da sind aber wenig. Ah, das war nur die, äh, kleinere... Uh. Ja. Let's hope your vault is brimming on the Lord. It is, baby. Ah, da haben wir noch einen. Ja, dann hauen wir den auch nochmal eben weg. Ja, dann hörst du nicht. The Kinos is ours for the taking. Sehr schön. Ah, ist noch ein bisschen was? It's beautiful. Ah, that power. No, the Kinos belongs to me. Hm. Oh. Ach, das konnte man wahrscheinlich noch gar nicht angreifen. So, ja, geschafft. Das hat mir richtig Spaß gemacht. In Ruhe aufbauen, seine ganze Armee, sag ich mal, hochziehen und dann da durchrushen. Sehr geil. Und ja, dann sind wir dann auch für heute wieder durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und zocken für den Frieden. Und zwar auf dem Weg. siege.